Hallo und herzlich willkommen zum Abschluss der Ausstellung Wunderkammer Souvenir im Rehmann Museum Laufenburg. Mein Name ist Aaron Richards und ich bin der Kurator dieser Ausstellung. In diesen Kurzbeiträgen zeigen wir Ihnen einzelne Aspekte und Themen zu den Exponaten. Karl Walter Liener wurde 1914 in St. Gallen geboren und wuchs als Sohn eines Künstlers und Landwirts auf. Nach abgebrochener Grafikerlehre wurde Liener von seinem Vater, Karl August Liener, im Handwerk der Malerei unterrichtet. Tatsächlich scheint es, als sei das Duo Vater-Sohn eine Art Familienbetrieb gewesen. Karl August Liener, der die Landschaft als malerisches Sujet ungeheuer schätzte, hatte einen Blick, welcher demjenigen der Impressionisten gleicht. Die Landschaft ist das Motiv, um das Licht und somit die Stimmung einzufangen. Mit diesem Hintergrund trat der junge Karl Walter Liener seine erste grössere Reise nach Ägypten in den Jahren 1936 und 1937 an. Erfolge hierbei seinem Vater, der im künstlerischen Auftrag nach Nordafrika gereist war. Dies gilt als der Moment, in dem Liners Werk begann, vom Vater unabhängig zu werden. Nicht nur war die Ägyptenreise für Lieners Farben entscheidend, sondern auch für ein gänzlich neues Motiv und somit für einen neuen Blick. Der zuvor ausschließlich heimatliche Maler richtete nun seinen Blick auf die weite Welt. In Werken wie Ägypterin auf weißem Maultier wird die fast schon mystische Begegnung Lieners mit diesem Ort spürbar. Auch der Bildhauer Erwin Rehmann bereiste 1948 Nordafrika. Wie auch Liener war Rehmann zutiefst von den Landschaften und Kulturen, denen er dort begegnete, fasziniert. Als angehender Bildhauer verweilte sein Auge mehrheitlich auf der Architektur. Im Gemälde Koptisches Kloster findet sich, wenn auch um mehr als ein Jahrzehnt getrennt, ein Berührungspunkt der beiden Künstler. Nordafrika kündigt zudem an, was für ein Maler der junge Liener werden wird. 1948, während seiner Reise in Algerien, malte Liener ein Landschaftsbild mit dem Titel, der seiner Destination entspricht. Bousada, eine Stadt der nördlichen Provinz. Bereits hier ist eine entscheidende Wendung Lieners Malerei sichtbar. Nämlich der Weg in die Abstraktion. Bereits ein Jahr später schaffte Liener Gemälde, die dem Tachismus einer informellen Kunst zuzuordnen sind. Seit 1936 war das Reisen für Liener stets Kunstsache. Die Begegnung mit der Landschaft war immer eine Begegnung mit einem neuen künstlerischen Blick und auch eine Begegnung mit sich selbst. Mit der gemalten Landschaft meinte Liener nicht nur die Landschaft, die betrachtet werden kann, sondern auch eine innere, emotionale Landschaft. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.